Alle AFK Alle AFK Gibt's coole neue Karten Na klar Hast auch einen coolen Lieder Mal als Commander Aber ja Ja Junge Was war das? Keine Ahnung Ich wusste meinen Hintern da fast Ich oder Gegner? Gegner Ganz falsch Ich fand es kaum gut gesagt Ich oder Gegner Schöne so Oh, thank you. Ist jemand hier drin oder wo sind die? Ich kann es noch nicht genau sagen. Ah, du hast einen down. Ich habe einen down? Scheibenbei ja. Aber einer ist ja noch close, ne? Scheiße, dem Gebäudeteil da drüben. Auch wenn meine Fliegen denn irgendwann nicht gar gott haben. Keiner, ich werf den mal, ich trug mal ne Fackel raus und dann... Hast du gerade geschwungen? Ne. Ich glaub, wenn wir so unterhalb nicht, ist das geschwammt. Ja. Da fällt natürlich. Schau! Oh, die Karte weiter. Waren die beide Flasht oder was? Nein. Nein, hab ich aber auch als Smart Hubs. Fuck. Schöpchen, auch ein Schöpchen. Ich hab ja nicht viel zu viel gemacht, ne? Das ist immer so. Habt ihr den Nagel jetzt noch nicht gehabt? Ne, ne. Aber der ist in eiskalt so viel, ich geh lass' ihn da hinten. Ja dann. So weit weg? Okay. Oh. Karabiner leckt der. Verzeig, du hörst doch nicht mehr viel Leben haben, wenn du deine PA möchtest. So. Ne, kleinen Schlatter. Kleinen Klicks machen. So, wo war jetzt der Hinweis? Was? Waren die Bags hin kurz? Was? Das ist ja weg, wo du mir noch einmal komm'. Ich will mal direkt Richtung Garten. Die Bags. Die Bags. Die Bags. In der Bags. Der Winkel ist ja weg, wo wir noch einmal kommen. Wir kommen mal direkt Richtung Garten. Was ist das? Wurde der eine weglaufen, was hat der letzte gemacht? Ne, der war wahrscheinlich noch geblendet. Flash? Ja. Weil ich weiß nicht wie lange der Flash war. Ich glaub der hat die mit der 10 gefangen. Ah, Gegner vor uns. Was ist das hier? Noch 1000 Zombies. Wurde wir uns? Komm, ne? Ist das richtig? Weiß ich nicht. Ich hab ihn reingepillt. Ich hab ihn getötet. Ach, okay. Der Nitro dann geschnuppert. Einer aufm Dach hin. Okay, Alter. Treffer? Weiß ich, ob der Falldamage kreft gestorben ist? Weiß ich nicht. Magst du einmal markieren ungefähr? Sind wir gerade vom Ufer oder nicht? Aus. Ja. So. Kann es sein, dass der Falldamage gestorben ist? Weiß ich. Mhm. Nein. Was ist denn fast gar nix? Scheiß mehr. Boah, ist ja fast gar nix. Walsch. Meine Granate. Von hinten. Boah, das hat aber noch viel Schaden. Neues Team ist 180 im Wald. Was ist das? Die Ringer? Weitere Richtung. Das seh ich nicht. Die einen sind schon close. Oder habt ihr die Rangzone gekillt? Die dann ein. Okay. Mhm. Ein anderes Team von hinten noch. Ihr euch sehen. Fuck, der ist ganz hinten. Standard. Gehst du ins Kopf rein, siehst du wieder nix. Gehst du ins Kopf rein, siehst du wieder nix. Very, das ist alles. Es geht. Was ist das? Das wäre eine Neuerfektion. Wer ist das? in einem ausbrennen lassen ich glaube ja weil der ist wieder buggy das kann das spieler sehr gern ja oder dass der nämlich schon abgeschossen hat war der heute von den mit dem wald ist der nido schuss überlebt hat ab zu sein leichten gesehen da wahrscheinlich nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020